willkommen herzlich zurück wir sind wieder bei skyrim ich bin der captain und wir befinden uns in unserem häuschen dass wir uns ja sehr verdient haben nicht wahr das würde ich mal sagen es ist noch nicht eingerichtet das ist ein bisschen schade also worauf richten wir unser hauptaugenmerk auf quests auf geld auf einrichtung wir haben wir haben bett und wir haben eine kiste damit schon ein bisschen kram reingepackt ach quatsch und so viel tragen wir nicht mit uns rum das ist immer ganz gut wir haben nur eine axt dabei und den bogen ja das ist okay sonst geht es uns ganz gut heiltränke haben wir nicht mehr wir könnten natürlich heiltränke kaufen gehen oder uns auf unser glück verlassen dass wir welche finden oder 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 am besten schauen wir erst mal in unser journal letzte session skyrim ist jetzt schon ein bisschen her jetzt muss erst mal wieder alles reinladen das dauert wieder ewig ewigkeit aber da hat man ja wenigstens was zu lesen so nebenbei stufe 9 nicht mehr viel bis 10 sehr gut ja wie lange diese session wird ich weiß es noch nicht einfach mal nach lust und laune hallo weiß lauf gut gut also was machen wir die aufnahmeprüfung der gefährten ach ich muss wieder in so eine loge was haben wir da ja das ist ja der hauptquest das ist add on quest das ist ja die graume in der tor ja und das ist das mehr haben wir noch nicht acht da töte den banditen anführer wir treten keiner der armeen bei die bären pelze können wir auch noch sammeln wie viel geld haben wir denn überhaupt 594 gold das ist nicht viel ich habe mein eigenes haus junge hallo echt jetzt unhöflich was kosten denn heiltränke vieles stimmt nicht mein freund vieles hier findet eigentlich jeder etwas sagt bescheid wenn ihr irgendwelche fragen habt ihr seht etwas blass aus ihr seid also an mein zaubertränken und zutaten interessiert so ist es 109 50 gesundheitspunkte die wird nur erhöht nehmen wir den die hat nur einen und 25 für 52 ja ok ja das muss reichen äh dankeschön äh nein wenn ihr ein heilmittel braucht könnt ihr jederzeit wiederkommen das mache ich doch sehr gerne ähm so und so haben wir noch magietränke äh haben wir auch nicht oh ne wir haben keine oh ne ähm ich bin's nochmal bitte entschuldigt aber haben wir ja ja dann seid ihr also ein alchemist was nein ich brauche äh 61 hat's auch nur einen von ok ja das war's schon äh gut äh nein äh tschüssen also dann ran an die auft auftragen äh an die aufgaben wir brauchen nämlich geld ja wo haben wir denn nein wo haben wir denn wo haben wir denn was habe ich denn jetzt überhaupt markiert gar nichts ne die aufnahmeprüfung sprich mit farkas ach ja dann gehe ich mit dem zusammen dahin ja 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 stimmt und was haben wir hier banditenanführer bärenpelze komm aktivieren wir das hier auch noch und das ok dann haben wir erstmal genug was haben wir hier farkas wo ist denn dann wo sind denn die anderen sachen hallo hallo ähm wieso werden wir die so jetzt aber jetzt aber ach klar ok das ist hier ja so weit ist das gar nicht da ist was ach das ist ein stück wie heißt denn die stadt hier winterfeste wir könnten wir haben natürlich nicht genug geld um da eben mit hinzufahren oder ne ich glaube nicht ok da war doch noch irgendwas da ahnenblutspitze ah was machen wir denn als erstes ich glaube wir holen uns als erstes mal den hier leider können wir da nicht schnell na dann müssen wir wohl zu fuß gehen das ist sehr lobenswert wir müssen unbedingt etwas geld verdienen das ganze machen wir in den bequesten andererseits könnten wir natürlich auch äh ja aber das ist so langweilig holz hacken und vielleicht laufen uns ja bei der Gelegenheit noch ein paar Bären über den Weg ich brauche halt zum Glück nur noch vier und dann können wir noch die Aufnahmeprüfung machen dazu müssten wir dann zu Farkas gehen ich hoffe da springt da auch ein bisschen Geld bei rum wenn wir hallo ach die Sonne scheint wo ist denn die Sonne wo ist sie denn ach herrlich hm Sonne komm wir kürzen ein bisschen ab hier hier konnten wir ja runter ohne Verletzung ne so zack 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 jüdli wo ist denn jetzt der gute der gute Räuber in die Richtung ok also gehts hier lang schauen wir mal was wir hier so machen können yay wir hätten Lydia mitnehmen können Mist ah jetzt geh ich nicht zurück jetzt machen wir es erstmal alleine äh oh da brennt da mal ein großes Feuer was ist denn da los oh ich befürchte warte mal sind das die Riesen ist das das Feuer von den Riesen hi ja oh ja ich möchte mich ungern mit den Riesen das sind zwei Riesen die schaffe ich auf keinen Fall schön ist das gut erstmal den Bösen wir schnappen uns den Gauner lass mal kurz gucken wir haben Heilung immer noch drauf und Fußroder ok alles gut auch was ne Landschaft herrlich und diese Musik die ist so klasse ne so jetzt müssen wir schon aufpassen da sind sie nämlich schon dann wollen wir uns doch mal hineinschleichen dann wollen wir uns doch mal hineinschleichen was wer wo warum wo denn wo denn wer hat uns denn gesehen wer hat uns denn gesehen hier ist doch keiner hä oder gelten Tiere auch Tiere müssen auch gelten komischerweise oh daneben das will ich machen oh oh so komm her ok oh da ist noch einer lass mal kurz gucken was du hast oh Gold meins Dietrich er meins auch meins der Rest der Rest ist uninteressant der Rest ist uninteressant ach hör doch mal auf ah Dietrich hier sind gut oh danke den brauche ich der kann mir gleich gut helfen hier da war doch noch einer hier na Lady Gold meins äh Rest kann man nicht gebrauchen so da sind noch drei Stück und da ist noch ein Magier ok wow zwei Bogenschützen zwei Bogenschützen Mist 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 Schweinehund so so ach Quatsch wo ist mein Pfeil wo ist mein Pfeil eins eins Dolch hat bestimmt schon wieder zig Pfeile im Körper jawoll sehr guter Treffer was hast du schönes für mich Pfeile die nehme ich dir ab was hat er sieben ich habe mehr machs gut war ich schon bei dir ne bei dir war ich auch noch nicht so auch gut Schaufel ne nehm ich mal mit die nehm ich nehm ich nicht die 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 das ist So. Mann, Mann, Mann. Gib mir mal eine Pfeile wieder her. Heiltrank. Dankeschön. Wir sitzen aus. Stecke ich voller Pfeile? Ne. Gut. Hier oben war noch einer, ne? Ja. Ah, du hast wenigstens ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Und Pfeile brauche ich auch. Die wiegen nämlich nichts. Haha. Lachsbraten. Liegt einfach mal so in der Sonne. Mh, lecker. Da geht's rein? Oder da? Gehe ich hier schon rein? Oder gucke ich mir erstmal nach hier oben um? Ja, warte mal kurz. Ich muss da noch mal kurz was korrigieren. So. Und dann können wir nämlich direkt wieder auf die Axt wechseln. Oh, ich hab schon wieder das ganze Blut überall. Irg. Na, hier oben geht's nicht rein. Was ist denn hier? Eisenbarren. Cool. Oh, ein Schmiede. Ne Schmiede. Oh, ne Menge Gold. Mein, sehr schön. Es geht voran. Notizen zur Mondschmiede. Mondstahlschwert. Schaden zwölf. Hilft uns nicht. Wieso können wir nicht aufsteigen? Die Mondschmiede. Mondwaffen. Nehmen wir mal mit. Noch geht's uns ja gewichtmäßig gut, oder? Äh. Ja. Ah, locker. Solange die Monde am Himmel stehlen, brennt das Ziel für 15 Schadenspunkte. Also ist das eher ein Schwert, was ich nachts benutzen würde. Okay. Aber jetzt holen wir uns erst mal den bösen Anführer. Da geht's auch noch rein. Ja, wir gehen erst mal hier rein. Lagerstille Monde. Hm, 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 hm. Da ist nix. Wir klauen keine Einrichtung. Wir klauen nur Sachen, die wir schnell wegtragen können. Wie mit. Was? Nö. Oh, oh. Mist. Ich hab'n Pfeil bekommen. Aua, mir steckt ein Pfeil im Genick. Ja, tut doch weh, Mann. Sieht hier überhaupt was? 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 Das war der... Was? Okay. Wenn das die Anführerin war, okay, dann... Zweihändige Waffe. Nee. Dann... Okay. Nehm' ich die ganzen Waffen mit, dann könnte ich die verkaufen, oder? Wo ist er? Wo ist er? Meins. Der ist ums Eck rum. Na, wo bist du denn, guter Mann? Da ist er. Ihr habt euch alles. Ja, ha, 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 ha. So schnell kann's gehen, mein lieber Freund. Zack, bist du tot. Banditen. Holzfäller-Axt. Ja, nehm' ich mit. Ah. Gucken, ob wir das Schloss geknackt kriegen. Nein. Natürlich nicht. Hier war's, ne? So. Ist hier einer? Nee, hier ist keiner. Okay. Da geht's rauf auf den Turm. Zaubertrank der zusätzliche... Oh ja. Da bedienen wir uns aber erstmal. Wow. Die haben aber eine Menge gutes Zeug hier. Oh. Schön, schön. Brot. Lecker Brot. Trollfett. Gold und Dietriche. Hervorragend. Sehr schön. Kann man die auch aufmachen? Nein. Gehe ich hier hoch? Oder gehe ich zurück? Ähm. Ich bin ja immer noch am grübeln, ob ich die ganzen Waffen mitnehme, um die zu verkaufen. 514 Gold. Gucken, wo ich hier rauskomme. Okay. Okay. Och, Gold. Magiker. Seelenstein. Naja, brauchen wir nicht. Komm. Oh, wo bin ich denn hier? Ach, das ist hier. Da. Ah, ich verstehe. Okay. Da wäre ich so gar nicht reingekommen. Haha. Gut. Also, wir können uns die Belohnung holen. Was haben wir denn jetzt hier so alles bei uns? Das ist ja alles unser, unser, unser. 20 Schadenspunkte bei Mond. 15. 103. 163. Kriege ich? Da war doch gerade was. Okay, kriege ich nicht dafür. Aber, wenn ich die anderen Waffen noch einsammle? Nein! Äh. Moment mal. Wieso sind denn meine... Hä? Entschuldigung. Habe es länger nicht gemacht. Äh, meine... Ich war gerade ein bisschen... Hä? Wieso stimmt meine Tastenbelegung nicht? Oh. Meins. Habe ich das vorhin übersehen? Ja, da kriegst du alles nichts für. Mensch, das ist alles... Ja, komm, das haben wir doch erstmal ganz gut gemacht. Was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Die Energiequelle... Die Energiequelle... Und den Schrein von Azur. Ja, wie kommen wir denn da oben raus? Ja, das ist doch wieder mal... Ich denke, wir machen jetzt erstmal folgendes. Wir holen uns erstmal die Belohnung. Belohnung. Und zwar reisen wir mal direkt zur Drachenfeste. Komm, ja, 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 ja.